Für was machen wir denn Putzenplanen, wenn du dich eh nicht dran hältst? Jede Woche ist es das Gleiche. Wir erledigen unsere Arbeit. Und was machst du, wie es hier aussieht? Wie steht das Geschirr von gestern Abend? Die Wäsche könntest du mal weghäumen. Ich habe ehrlich gesagt Besseres zu tun, als mich hier um den Haushalt zu kümmern. Ich meine, wir machen ja unsere Arbeit auf. Also Patrick, ich weiß nicht, wann du so ein Spießer geworden bist. Ich meine, es gibt Wichtigeres als Putzen, oder? Es ist halt immer wieder dasselbe. Und langsam habe ich echt keine Luft mehr. Und du übertreibst. Ciao! 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 Soviel zum Thema Puffplan.